Mein Name ist Bastian Gerdes, ich bin 20 Jahre alt und ich mache hier bei der Graschafter Nachrichten eine Ausbildung zum Medientechnologen im Bereich Druck. Wir befinden uns hier im Leitstand der Gern-Druckerei und zu meinen Aufgaben hier gehört es und mich um die Papierrollen zu kümmern, hier oben um die Maschine zu kümmern, das Produkt zu kontrollieren. Vieles davon im Theoretischen lerne ich auch an der Berufsschule, die in Osterbrück am Westerberg ist und die Kooperation zwischen Berufsschule und was ich hier mache ist perfekt, also ich arbeite hier sehr gerne und es ist alles super. Wir haben hier ein super geiles Team, die Kollegen sind alle super nett, hilfsbereit, man wird hier wirklich immer geholfen, wenn irgendwas ist, wenn man Probleme hat. Man kann auch gerne Fehler machen, weil aus Fehlern lernt man, das ist ja auch gerne gesehen, dass man mal kleinere Fehler macht, weil, wie schon gesagt, aus diesen lernt man ja auch. Wenn ihr Teil des Druckerteams dieser Gern-Familie sein wollt, dann bewirbt euch jetzt! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.